. 24. November 2019. Sonntag. Morgen am 9 Uhr. Und ich gehe heute ein bisschen für meinen neuen Drifter holen. Nice. Hey, tschau. Miggi. Realwein, Miggi. Wie geht's? Ich bin verlaufen. Miggi. 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 Kontiviert. Hey, du. Jetzt sind wir da schon ein wenig umbeigen, dass wir das bekommen würden. Hey, tschau. Schau. Schau. Hey, tschau. Hey, tschau. Schön um. Merci. Hey, tschau. Mal schauen, was alles drin ist. Es ist alles inklusive. Schau da. Nein, das müssen wir es machen. Ein bisschen Scheisse drin. Brand new, brand new. Der Turbatsch. Nein, aber ich glaube, es ist wirklich nicht mal so. Es ist schon knusprig, aber nicht, weisst du. Medium. Einfach eine angenehme S-Chassé-Knusprigkeit. Ja, wahrscheinlich besser als die MX, oder? Aber schau, da kommt noch die Sachen. Schau. Pass, 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 pass. Ja, witzig. Die Arbeitssicherheit hat im Haus der Swiss Light School immer gross geschrieben. Nein, das kannst du jetzt nicht auch noch. Liege, komm jetzt. Ich bin hier auf den Schuh. Freust du dich, Bini? Körse. Wow, wow, leg dich drauf. Cool. Ja, wow. Hey Michael, du machst einfach den Twin-Turbos herab, oder? Ja, geil, oder? Nice. Das ist der Dimmler. Wieso hast du das? Fuck's nicht. Schau da, PS-Blinker noch. Ja, der ist auch ein Domino. Interessant. Haha. 36-Blinker. Nice. Das ist alles für dich. Hey, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich habe nichts, oder? Orangedruck. Anne Broder. Und die Klasse ist da oben, oder? Ja, ich will es schnaufen. Jetzt gebe ich noch etwas, oder? Ja, bis heute ist der Schrauben schon aufgetragen, aber. Hehehe